Du stehst noch ganz am Anfang und weißt nicht, wie du mit dem Trading beginnen sollst? Es gibt unzählige Informationen da draußen und es überfordert dich, einen Einstieg zu finden? Mit diesem Video da gebe ich dir einen einfachen Start in die Welt des Tradings und wertvolle Tipps, die ich damals auch gerne gehabt hätte. Außerdem bekommst du von mir eine ausgezeichnete Trading Strategie für Anfänger in die Hand, mit der du auch direkt starten kannst. Und selbst wenn du kein kompletter Anfänger mehr bist, solltest du dir dennoch diese Tipps anschauen. Los geht's! Willkommen bei Kasparei Trading, ich bin Alex. Auf diesem Kanal da lernst du sehr viel rund ums Trading. Nicht alles, worüber ich hier rede, das verwende ich auch tatsächlich selber. Bitte verstehe alle Strategien und Möglichkeiten nur als Ideen. Trade nichts davon mit echtem Geld einfach nur blind nach, sondern beschäftige dich zuvor intensiv mit den Inhalten und teste es mit einem Demokonto. Egal ob Aktien, Indizes, Forex, Kryptos oder Rohstoff-Futures, du kannst das hier vermittelte Wissen mit jedem Asset umsetzen. Bitte sei so fair und gib diesem Video einen Daumen und abonnier auch den Kanal, damit dieser auch weiter wachsen kann. Vielen Dank! Ohne dir jetzt einen Vortrag zu halten, wie toll Trading ist und was es alles für Vorteile bietet, erzähle ich dir gleich, was du wissen willst. Die Vorteile sind dir ohnehin bekannt, deswegen interessierst du dich ja dafür. Auf die Gefahren gehe ich später ein. Mit wie viel Geld solltest du starten? Mit 0 Euro. Du hast richtig gehört. Du startest mit Spielgeld. Und erst wenn du dein Demokonto mit soliden Moneymanagement auf 10-20% Gewinn hochgetradet hast, dann erst solltest du überhaupt einen Gedanken daran verlieren, echtes Geld zu investieren. Die optimale Startsumme mit dem Trading zu Beginn hängt von deiner Tradingstrategie ab und auch von deinem verwendeten Instrument. Willst du mit Aktien starten, denn sind diese ungehebelt. Das heißt, du musst die Aktie komplett kaufen, auch wenn du vielleicht nur ein paar Punkte mitnehmen willst. Je nachdem, wie teuer die Aktie ist und wie viel Stück du davon kaufen willst, kann die erforderliche Kontobalance schwanken. Willst du jedoch mit CFDs beginnen, dann kannst du theoretisch mit deutlich weniger Geld starten, denn die Tradegröße ist sehr flexibel anpassbar. Wichtig ist zu wissen, dass CFDs und auch einige andere Derivate ein höheres Risiko aufweisen, da man immer zu einem Teil Geld vom Broker geliehen bekommt. Zumindest in der Theorie. Dies ergibt den sogenannten Tradinghebel. In der Praxis ist aber das tatsächlich verwendete Risiko pro Trade entscheidend, wie riskant dein Trading ist und nicht der theoretisch verfügbare Hebel. Ich persönlich riskiere nie mehr als 2-3% pro Trade. Ich würde also eine Position immer schließen, wenn diese 3% meines Guthabens aufgebraucht sind. Dabei ist es mir völlig egal, ob ich theoretisch einen Hebel von 30, 100 oder auch 1000 hätte, also mit geliehenem Geld vom Broker deutlich größere Positionen und somit auch ein größeres Risiko handeln könnte, da ich diesen Hebel niemals nutzen würde. Eine sinnvolle Startsumme wäre mit CFDs 1000 bis 5000 Euro. Und wenn du mit Aktien starten willst, dann solltest du mit ca. 10.000 Euro starten. Aber auch bei Aktien, da kannst du dein Trading in einem gewissen Rahmen gut skalieren. Denn von Penny Stocks, die ich persönlich eher meiden würde, bis zu A-Aktie von Berkshire Hathaway, die über eine halbe Million Dollar pro Stück kostet, ist für jeden Geldbeutel was dabei. Aber auch wenn du theoretisch mehr Geld zur Verfügung hast, solltest du klein anfangen und etwa mit der genannten Summe starten. Erst wenn du tatsächlich im Echtgeldhandel erfolgreich bist, solltest du dein Kapital auf deine Wunschkontogröße nachkapitalisieren. Mit welcher Trading Plattform beginnen? TradingView in der kostenlosen Version und MT5 mit kostenlosem Demokonto. Unter dem Video ist ein Link zu dem Broker, den ich verwende. Dort kannst du dir ein kostenloses Demokonto anrichten. Der Vorteil ist, dass du selber angeben kannst, mit welcher Startsumme du beginnen willst. Der Handel, der wird im Demobetrieb sehr realistisch abgebildet und du hast einen sehr guten Eindruck, wie es sich im Echtgeldhandel dann anfühlt. Du kannst alle Funktionen und Orderzusätze ausprobieren, ohne dass Fehler teuer werden können. Speziell für Trading Robots, also für automatisierte Trading Strategien, ist MetaTrader 5 zu empfehlen. Für Analysen auf dem Chart und Trade Entscheidung ist allerdings TradingView das Maß der Dinge. Die Vielfalt an Indikatoren und technischen Möglichkeiten ist riesig und der Umgang geht sehr leicht und intuitiv von der Hand. Auch hier lässt sich ein Demokonto betreiben, welches sich Paypal Trading nennt. Allerdings finde ich den Betrieb bei MetaTrader 5 besser. Aber probiere am besten beides aus und entscheide dich dann. Welche Kosten mit dem Trading? Letztlich sind deine Ausgaben sehr gering. Du brauchst keinen Mitarbeiter, Büroräume oder Filmwagen. Deine Kosten beschränken sich auf deine Hard- und Software. Du brauchst dafür keinen High-End-PC. Ein normaler Laptop, der reicht aus. Es sei denn, du willst mit minimaler Latenz allerkleinste Bewegungen aus dem Markt skypen. Für eine gute Darstellung und Übersicht solltest du dir einen zusätzlichen Monitor anschließen. Wenn du automatisierte Systeme nutzen willst wie unsere Robots, dann sollten diese im besten Fall auf einem separaten Server laufen, damit diese auch immer online sind. Die Kosten liegen zwischen 10 und 30 Euro im Monat. Ein Premium-Abo bei TradingView, das macht zusätzlich Sinn, wenn du das Trading ernsthaft verfolgen willst. Es ist etwa bei 15 Euro pro Monat zu haben. Weitere Kosten entstehen beim Trading selbst. Dein Broker, der will mitverdienen. Achte daher auf günstige Spreads, Kommissionen und andere Gebühren. Achte aber noch viel mehr auf eine gute Regulierung des Brokers. Eine EU-, UK- oder US-Regulierung ist zu bevorzugen. Obwohl du vielleicht bei einem unregulierten Broker günstigere Spreads hast, dafür aber deine Einlage nicht gesichert ist oder dir schlechtere Ausführungen beschert, dann wird das am Ende doch teurer. Weitere Kosten, die Trader oft vergessen, sind Steuern. Beachte, dass die Abgeltungssteuer auf die allermeisten Trading-Gewinne pauschal auf 25% plus Soli plus Kirchensteuer festgelegt wurde. In Deutschland, da gibt es noch eine folgende Besonderheit. Du darfst als Privatperson maximal 20.000 Euro Verlust gegen Gewinne verrechnen. Gewinnst du beim Trading im Jahr zum Beispiel 100.000 Euro, verlierst aber auch wieder 100.000 Euro, dann hast du vor dem Gesetz keine Null stehen, sondern 80.000 Euro Gewinn. Diese musst du dann versteuern, obwohl du eigentlich gar keinen Gewinn gemacht hast. Solltest du später ca. 20.000 bis 30.000 Euro zum Trading verwenden wollen, dann solltest du den Schritt zum gewerblichen Trader erwägen, etwa in einer GmbH, denn dort bist du von der Regelung nicht betroffen. Mit welcher Trading-Strategie beginnen? Verwende zunächst simple Regeln und keinen zu kleinen Timeframe. Nicht alles, was kompliziert ist, ist auch tatsächlich profitabler. Versuche folgendes. Suche bei Tradingview nach NAS100 und wähle diesen aus. Ändere den Timeframe auf H1. Suche hier oben nach dem Indikator MACD. Sobald du diesen auf dem Chart hast, suche nach einem weiteren Indikator, und zwar dem EMA, bzw. exponentiell gewichteter, gleitender Durchschnitt. Je nachdem, ob du es auf Deutsch oder auf Englisch eingestellt hast. Passe nun den EMA an und ändere den Wert auf 200. Wenn jetzt alles so aussieht wie bei mir, dann kommen wir zu den Trading-Regeln. Wir gehen einen Long-Trade ein, wenn der Kurs über dem EMA 200 ist und die MACD-Linie die Signallinie unterhalb des Histogramms kreuzt. Sobald die Kreuzung zur nächsten Stundenkerze abgeschlossen ist und du im Histogramm den Farbwechsel von Rot auf Grün siehst, dann starten wir einen Long-Trade, also eine Trade in steigende Richtung. Deine Stop-Loss, also deine Verlustbegrenzung, die setzt du direkt unter das Tief der letzten Kursbewegung. Also hierhin. Und dein Gewinnziel, das kommt auf zweimal den Verlust. Also hierhin. Du kannst dafür das Tool Long-Position verwenden. Du legst es an den Punkt, wo du den Trade starten willst. Also am Schlusskurs der letzten Kerze, denn das wird auch der Öffnungskurs der neuen Kerze sein. Dasselbe gilt auch für Short, also für Trades in fallende Richtung. Der Kurs, der muss unterhalb des 200 der EMAs sein und die Kreuzung des MACDs und der Signallinie muss oberhalb des Histogramms ablaufen. Wenn dies passiert, setzt du wieder deinen Einstieg zur abgeschlossenen Kerze, deine Stop-Loss an das aktuelle Hoch der letzten Bewegung und das Gewinnziel zweimal so weit weg wie den Verlust. Und du siehst, dieser Trade wäre ein Gewinner gewesen. Um diese einfache Strategie zu üben, da kannst du jetzt einfach mal auf dem Chart zurückscrollen und alle Trades einzeichnen, die du machen kannst. Wenn du später mit dem Demohandel beginnst, dann solltest du bei dieser Strategie nur 1% Risiko pro Trade verwenden. Das ist etwas Simples, womit jeder Anfänger starten kann, um ein Gefühl für den Markt und auch für das Trading zu bekommen. Du kannst später natürlich alles Mögliche ausprobieren. Wähle grundsätzlich eine Strategie, die auch zu deinem Leben passt. Wenn du von morgens bis abends einem anderen Beruf nachgehst, dann wirst du sicherlich kein Skyper, der versucht, die kleinsten Bewegungen aus dem Minutenschart zu schneiden. Denn dafür benötigt man sehr viel Zeit. Grob gesagt, je größer der Timeframe ist, desto weniger Zeit benötigst du. Oder du verwendest Trading Robots, wie wir das bei Kasparay Trading machen. Dann ist der Zeitaufwand minimal, egal wie viele Trades der Bot macht. Er macht es ja schließlich alleine. Aber Anpassung und Überwachung kostet auch ein paar Minuten am Tag. Nun habe ich dir ein paar simple und einfache erste Schritte aufgezeigt. Nun kann es für dich weitergehen. Alles, was für dich als Anfänger wichtig ist, das habe ich im Free Member Bereich auf unserer Website zusammengestellt. Meld dich einfach kostenfrei an und genieß eine komplette Trading Ausbildung für Lau. Viel Erfolg! Ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen und du konntest etwas Neues lernen. Falls du jemanden kennst, dem das Video auch helfen könnte, dann teile es ihm doch einfach. Schreib mir auch einen Kommentar, wenn du magst. Ich werde dir auch garantiert antworten. Hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Video.